So, in der Art. Mir hängt Kacke vor der Nase. So, ah, ich bin gleich so weit. Hast du vor, noch das Bild zu ändern, oder? Weil du machst jetzt gerade auf Twitch Werbung für Twitch. Deswegen. Also das ist das Einzige, was mir gerade spürt. Das ist einfach nur die Endcard, die ich irgendwann mal reingeschmissen hab. Ich weiß, warum ich die reingeschmissen hab. Ich hab die wegen dem Metal Gear Solid, hab ich das reingeschmissen. Ist geil. Und sexy. Und es sieht so flach aus, aber das kommt, weil's vakuumisiert wurde. Vakuumisiert. Ist das richtig? Du weißt, was ich mein. Und wenn du's... Vakuum verpackt, kannst du aufmachen. Ja, sobald du's aufmachst, ist richtig so... ...platzt es auf, gefühlt. Oder wenn so ein kleines Läune... Ja, genau. Wie so ein Wein, der atmen muss so. Ich hab irgendwie grüne Limette Eistee. Es schmeckt irgendwie mit Wasser, mit Chemie. Mhm. Wie Klo-Stein. Ja. Aufgelöst in purer Liebe. Oh Gott. Ich bin echt widerlich. Pipi 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 Pipipopo Pipipopou kaca Boing Boing Vagina Ich kann doch nicht zählen! Nein! Oh, ich hasse das! Keine Muni! Oh, Panze! Panze! Ja? Ja? Ich bin grad gestorben und... LOL! LOL! Entspann dich! Warte mal... Ähm... Ich kann zählen, ne? Also nur so nebenbei... Hm? Hm? Ich kann ja mal Tab drücken... Oh, du Ratte! Und wo? Wo? LOL! LOL! Hui! Jingle Bells! Jingle Bells! Wo warst du? Hinter dir! Direkt hinter dir! Nichts! Ich bin nur... Geh mal richtig zum Buch! Und drück mal E! Und guck da rein! In fliegender Buchstaben! Und sterbe lustig! Ich weiß, dass ich sterbe! Ich geh lieber! Hier sind's funktioniert... Oh, das dreht sich jetzt! Fick dich! Mann, du du Stück! Was, 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 was denn? Wo hast du die Waffen, Mann? Was? Was? Alter, was... Was geht das ab? Oh! Du kleines Stück Dreck, ne? Oh! Mann! Was denn? Mann! Fick dich! Waaa! Waaa! Waa! What the fuck? Was ist denn los? Man hört richtig Manus grinsen, ne? Waa! Hör auf! Maa! Ouh! 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 Treffer von hier hinten Das ist jetzt auch zu spass Jetzt weißt du, was ich meine Deine Pose, Alter Der hat Po Das ist Spagat, Alter Boah, das ist schon überspagat Oh, damn, shake it Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Oh, okay Oh, come on Irgendwie Spint die Leiter Irgendwie spinnt die Leiter so ein bisschen Die Leiter hat dich mehr getriggert Das ist nicht fair Das sah vielleicht aus Loll Nein, das ist das bisschen Biss, Biss, Biss Biss, Biss Biss, Biss 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 Torben, bleibt eisern Er möchte nicht, er will nicht Er tut es nicht Das wäre schon echt praktisch, glaube ich Guck mich nicht Er bleibt eisern Ja Wie der Sch*** seiner Mutter Was? 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 Das geht Wer lacht denn so dreckig? Das ist der Schneemann Wer ist denn dauernd? Dauernd ist Warum bist du? Dauernd Loll, ich hab was Ach, du bist Traitor? Da läuft sie die Treppe runter Ne, der Seil ist vorbei Die Runde ist schon vorbei Äh, hier Ich hab, ich hab was in der Tool gefunden Womit man Ein Woll? Wie der Arsch deiner Mama So, Entschuldigung Wie hat das Spiel bei dir an? What? Läupe ich davon? Warte mal. What did you say? Und da habe ich so geile Speedshots jetzt mitgemacht. Alter. What? What? Und? Und? Huia! Oh. Ninja, Alter. Und? Ey! Nein, ich bin zu kawaii. Nein! Nein! Süßes ist nicht immer gut. Sponze! 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 T-Back des Hodes! T-Back des Hodes! Ooooooh! Geil! Level 2! Wenn ich da oft irgendwelche neuen Spiele kriege, was soll ich dafür? Was krieg ich dafür, du? Welche Spiele kriege ich? So ein halbes Jahr denn die ganze Zeit aus? Oh, tut mir leid. Ich habe mir heute solitär installiert. Ja. Oh, oh, oh! Mindsweeper, es hat mich grad noch wieder so gefragt. Ich muss es meinem Vater beibringen. Die Story, Alter! Die Story! Ich sag's dir! Die Nähe-Mission, Alter! Beste! Hallo, hallo, hallo! Hallo! Ich sehe, wir haben andere Anhänger am Schnitlo-Tag, die auch leider keinen Schnitzel bekommen haben. Genug Zuschauer, das finde ich gut! Zusammen gegen... Ich hatte heut... Nein! Was, du hattest Schnitzel? Sag nicht, du hattest nen Schnitzel! Ich hatte einen. Das eine nur mit dem anderen, Torben. Gut, da es jetzt auf der Arbeit war... Wen hast du eingeblasen? Also ich hatte zumindest ein Stück Fleisch, was ein Schnitzel war, ja. Das hatte ich zum Essen. Aber Schneeblor leider nicht. Nur Part 1, wa? Ja. Also kein Cordon Bleu. Fehlte, fehlte dein Schlinken. Der Käse hat gefehlt. Äh, musst du das sagen, während ich gerade Cordon Bleu vor der Nase habe? Bitte! Ist ja auch nur ein Schnitzel. Schwaben. So, halt. Ein Schnitzel-Kalzone. Schnitzel-Kalzone. Boah. Eigentlich stimmt das. Ja. Es gibt bei uns morgen kein Problem. Da ist so ein Sushi-Laden drin. Kannst du sogar... Fushi... Fushi. Fushi! Fushi mitnehmen. Fällt mir gerade ein, weil meine Eltern dort waren. Eine richtig mochte Fushi, Alter. Welches Pi? Achso, Pi. Die... Mathematische... Dünnenkreise, oder? Das Pi, oder welches? Kariu! Ja, wegen 314. Ach, 3... Au... Oh... 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 Der ist aber tief! Schätze ich mal. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, warum Pi... Pi... Oder Pi, wenn man es umregt. Können die Leute nicht mal aus unserem Jungle rausgehen? Raus! Raus! Unser! Ja! Gehen fort! Wir shiften... Die dreckigen... Boom! Boom! Fast Insta-Klatsche, Alter. Siehst du das? Oh, toll, Tom. Toll. Das habe ich nur falsch gemacht. Ah! Lucky Waves! Ja, wir sind live. Wir engagen und... Ja! Wieso? 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 Wieso hat sie auch geflasht? Die dumme Nodde... Ja! Woh! 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 Ich laufe auf irgendwas zu. Ich weiß nicht, was es ist. Stirb! Okay, das ist ein Schwein. Okay, ich kann jetzt aber auch verstehen, warum... Oh, Alter, dieser Lensflare, ne? Wuh! Wo auch immer du hinrennst, ich renne mit dir in den Tod. Ich muss gar mal höher stellen, Alter. Ich sehe fast gar nicht. Oh, jetzt sehe ich was. Schön. Und die, die zu viel töten, gibt... Oh, mein Gott! Let's more people, girl! Ah, du Hurenso. Spitz! Willst du nicht, Apu? Wir helfen dir beim Gassi-Gehen. Ist da Sturm rein? Okay. Ja, ist er. Welt des Todes. Ja, ist er. Schönen Sie sich, ich sag unnötig. Level 34, nur gekommen, Alter. Das ist der Bonge-Man. Da sieht man so eine Packung Würstchen mit so einem Packen Brötchen. Und die werden dann von irgendeiner Frau gekauft und dann werden die gegessen und dann drehen irgendwie alle total durch, total Terror, bla 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 und dann will das Würstchen irgendwie so eine Revolution anschiften. Ich hab keine Ahnung. Die haben nur alle geraucht, da bei Pixar und so, ne? Sehr schön. Wo sind denn die ganzen anderen Würstchen eigentlich? Nein! Vertitelst du uns jetzt als Würstchen? Nein, ich hab gesagt, wo die anderen Würstchen sind, nicht ihr. Wo sind die Wiener in der Pfanne? Hä? Wo sind die Teigwürstchen? Teigwürstchen. Nicht Teig, Teig! Teigwürstchen. Nitta hat kein Flash, weil zu sehen und passiert. Hame. Ja! Hame. Ha! Boom! Klatschen! Oh, why? Kür! 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 Ja, Kärry, Kärry! Kürry! Kürry! Kürry, Kürry, Kürry King, von Maika! Bitch, genau! Oh, mein Gott! Warum? Warum? Hahaha, es war so knapp. Warum tust du das? Ich hab das weiter geschafft, hätte. Vergessen. Nein, 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 nein. Das wird eh sein.